24 Stunden Donut-Taki Oh mein Gott, Leute Alles gut, was passiert? Willkommen zurück auf meinen YouTube-Kanal Heute essen wir 24 Stunden Takis Und Baris ist auch dabei Leute, das wird so krass In unserer Minibar sind schon richtig viele Takis Wenn ihr mich unterstützen wollt, kommentiert mit Hashtag Team Pink Und ich antworte auf euren Kommentar zurück Zeigt mal die Minibar Baris Öffne sie los Natürlich geht das nicht mit dem Zauberwort Hier raufdrücken Okay, jetzt ist die Minibar offen Leute, schaut mal jetzt, wie viele Takis wir haben Und, oh mein Gott Zombie-Taki Äh, Tachita-Taki Jawohl Noch größere Takis 24 Stunden Takis Oh mein Gott, Leute, das wird so verrückt Ich würde sagen, wir nehmen schon mal eine Taki mit Und gehen jetzt Frühstück essen, oder? Frühstück als Takis? Nein, nein, wir holen jetzt so Brötchen und packen Takis rein Okay Leute, damit ihr die Challenge besser versteht Also egal, was wir essen Burger oder Frühstück jetzt wie Brötchen Wir müssen immer Takis dazwischen rein tun Oh mein Gott Ey, sollen wir das auch bei Drinks machen? Ne, das wäre unfair, oder? Das wäre ein bisschen zu viel Das wäre ein bisschen zu viel Aber Baris, ist das nicht schlimm für den Magen? Nicht, dass einer von uns ins Krankenhaus muss? Oh mein Gott, das kann wirklich passieren Oh mein Gott Also bleibt dran, Leute Baris, wärmst du dich jetzt schon mal auf und isst schon mal ein? Ja, ich muss ja ein bisschen meinen Magen darauf trainieren Okay Oh, zeig nur, wie rot das ist Oh, echt? Oh, richtig rot Oh, meine Augen brennen schon so scharf Oh, taste los Auf leeren Magen Oh, krass, krass, krass Krass, Baris Yeah Wird jetzt richtig durchgezogen Boah, ich fetz die jetzt mal weg Yeah Also ich glaube, wir gehen jetzt erst mal was frühstücken Würde ich auch sagen Ich hab richtig Hunger Oh mein Gott Du weißt, du darfst nur Takis essen Oder etwas mit Takis Oh mein Gott Ich freue mich voll Boah, ich glaube, wir kriegen recht Magenprobleme heute Das ist so cool Alles gut, was passiert? Ich brauche Wasser Wir haben ja gar kein Wasser Oh, nee Egal, ist einfach nur ein Takis dazu Nee Wir suchen uns jetzt mal was zum Frühstücken aus Baris, für was wärst du denn eigentlich? Schwierig Also es muss auf jeden Fall Ne, musst du mit Takis schmecken Vielleicht so Käsebrötchen mit Takis Wäre das irgendwas? Weiß ich nicht Ich kann es mir gar nicht vorstellen Also du kriegst ein Käsebrötchen Ah, und du? Okay Ich glaube, ich entscheide mich hier für so einen leckeren Schokodonut Oh, Schokodonut mit Takis Boah, lecker, oder? Boah, noch nie probiert Ey, krass Ey, Leute, schaut mal, was ich gefunden habe Ich habe so einen Fotoautomaten Oh, mein Gott Wir können mit Takis ein Bild machen Können wir das machen? Ja, lass uns das mal machen Ey, was für eine coole Erinnerung Das wäre Ja Fendi, willst du mit den Takis ein Bild? Okay, komm Ja, Leute Mit Takis 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 sind hier Okay, wir sind alle drauf, oder? Okay, ich drücke Oh, mein Gott Oh, mein Gott Oh, mein Gott Die Fotos sind draußen Oha, hier, schau mal Takis 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 Oha, wir sind die Takis ja wirklich Ey, was für eine coole Erinnerung, oder? Beste Takis Challenge ever Super Challenge, Leute Oh, mein Gott Und, Jansel, was denkst du, wie dein Frühstück schmecken wird? Ich weiß es gar nicht Ehrlich gesagt So Ich teil mal jetzt hier mein Kinn-Sandwich So eine Hälfte kannst du haben Okay, ich bin mal gespannt Okay, jetzt machen wir die Mitte auf Takis Let's go Let's go, Taki Challenge So, rein damit jetzt Ach, schaut euch das mal an Boah Okay Boah Klass, sieht das aus Jetzt du, du wirst das an Boah, jetzt ich auch Warte, ich mach mal auf Okay Hier, bei mir nicht zu viele, bitte Okay Wo ist es drinnen? So, Leute Takibräutchen Bereit auf drei Eins Zwei Drei Drei Oh, mein Gott Lecker, als ich gedacht habe Aber scharf Haben wir was zu trinken geholt? Ich muss mal in die Minibar schauen Oh nein Haar scharf Warte, ich glaube hier hinten war der weiß Oh mein Gott Machen wir gut Manches, du hast ja nur zwei drinnen Ich hatte hundert Stück Boah Leute, bei mir war das so unnormal scharf So, jetzt ist auch noch Baris Donut dran Schaut euch das mal an Ein Donut-Taki Ey, das sieht voll cool aus Cool, oder? Oha Aber ich glaube, wir müssen die so seitlich reinstecken Okay So, schau mal Ich bin bereit Okay, let's go Ein Donut-Taki Let's go Let's go Oh mein Gott Und, sag jetzt die ehrliche Meinung Süß und scharf? Wow Echt jetzt? Ohne Witz Oh mein Gott Find ich gut Weißt du was? Wir haben Donut-Takis erfunden Yeah Oh mein Gott Wow Donut-Takis Oh, nochmal Das ist so lecker Ja Es ist süß und dann wird's scharf Wow Warte, was machst du da? Ich schau mir YouTube-Shorts an Über Takis Äh? Und esse dabei Takis Dein Ernst? Wieso denn? Inspirierst du dich? Er macht da Takis selber Oha, er frittiert die? Guck mal So werden Takis gemacht Als ob Ja, Takipulver Taki Witzel Oh mein Gott Mmh Ja, yummy Leute, Mittagszeit Und ich hab jetzt richtig Hunger Und ich glaub, ich mach mir so eine Salatbowl Guck mal Wir holen uns jetzt so eine Bowl hier Okay Warte mal So sieht das aus Okay Wir machen da jetzt Salat und Takis rein Oh, ein Takis-Salat? Ja Ey, ich glaub, das hat noch niemand gemacht Ey, das ist richtig cool Wow Na, dann fang ich mal an Okay, ich mach mir jetzt meinen Takis-Salat Als erstes Brauch ich ganz normalen Salat So, rein damit Bisschen Mais Okay, okay, okay Ah, ein bisschen Avocado Baller mal rein Mmh Rein damit Okay Was hältst du von Tomaten? Wie findest du Tomaten? Tomaten mag ich nicht so Lieber so ein Mix Guck mal So mexikanisch, oder? Ja, wahr? Musst du Takis doch passen Jetzt noch eine Zutate Und dann kommen die Takis da rein So Was nimmst du? Soll ich jetzt Zutat nehmen Ah, sieht das gut aus Okay, Leute Jetzt kommt die geheime Zutat Takis Okay Schaffst du das? Ich hoffe, ich schaff das Und Oha, das sieht so geil aus Oh no Warte, wir müssen das noch wiegen Bevor wir die Takis reinmachen Leute, es wird jetzt Zeit für den Takis-Salat Schau mich das mal an Mittagessen Es ist auch schon 16 Uhr oder sowas Let's go Oh, ich hab schon richtig Hunger bekommen Oh, das sieht so saftig aus Also, ich probiere jetzt Und Das ist so crunchy Oha Und Was sagst du? Oh mein Gott, das ist so lecker Wow 10 von 10 Warte, was machst du eigentlich in der Minibar? Was? Ich hab einfach hier Milchschnitte gefunden Oh Und wir müssen jetzt Milchschnitte mit Takis essen Oha, wie fresh Und wo nehmen wir die? Die normale oder die Zombie-Takis? Zombie-Takis Oh mein Gott Oha, wie krass Bist du bereit für die Zombie-Takis-Milchschnitte? Natürlich Vor allem, ich hab noch nie Zombie-Takis probiert Ey, die sehen so ruselig aus, oder? Oh mein Gott In grün Oh, verhext Nein Oh Ey, das darfst du nicht essen Okay, erlaub schnell runterschlucken Und dann jetzt die Takis müssen rein Okay Stimmt, wir müssen alles für ein Takis essen Egal was Leute, Geschmackstest Ehrliche Meinung Bäh Nicht gut Oh, zum Glück hab ich nicht probiert Du musst das jetzt rausessen Boah Niii, das schmeckt mal eklig Boah 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 Leute, seht ihr im Background, wie dunkel das schon ist? Wir stehen jetzt hier beim Scheinwerfer, deswegen ist es gerade so hell Es sieht nur so hell aus, aber es ist schon dunkel Die Sonne geht gerade unter Oh mein Gott Und ich hab Hunger bekommen Ich will Abendessen Ich will Abendessen Ey, die Zombie-Takis waren so eklig Kann kosten Ey, das war wirklich richtig schlimm Okay, komm jetzt Aber wo gehen wir denn hin? McDonalds Macis Oh mein Gott, was können wir bei Macis kombinieren mit Takis? Wir sind jetzt auch schon bei McDonalds angekommen Oh mein Gott, Badrisch Zeit für Burger So, ich schau mal jetzt, was hier alles drin ist Also, ich werde jetzt auf jeden Fall Burger mit Takis probieren Oh mein Gott Ich auch Pommes mit Takis Pommes mit Takis Okay, wenigstens haben wir noch Pommes So, ich greife jetzt fett in die Takis Krass Oh, das ist so crunchy Oh, das ist jetzt ein Taki-Chili-Cheeseburger geworden Oh, wieder richtig gut Das ist so krass Wir haben das als Challenge gesehen Und irgendwie war alles lecker Bis auf die Zombie-Takis Die waren nicht lecker Niemals die Zombie-Takis probieren Oh mein Gott, Leute Wieder mal etwas richtig Verrücktes Aber das sieht krass aus Okay, das ist noch ein bisschen zu scharf Kommentiert mal, welches Essen hat euch am meisten gefallen Und was würdet ihr nachmachen? Danke fürs Zuschauen Das waren 24 Stunden Taki-Essen Bis zum nächsten Mal Tschüss Ciao